Viva Las Vegas mit André und die Morgenmädels auf nach Amerika zu den Chippendales. Großes Finale am Morgen bei André und die Morgenmädels. Es ging um die Reise nach Las Vegas. Wir haben alle Finalistinnen jeweils auf einen Zettel geschrieben. Die wurden dann zusammengefaltet und richtig gut durchgemischt. Und dann Spannung, Spannung, Spannung. Es wurde gezogen und gewonnen hat die Katja. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß in Las Vegas. Viva Las Vegas mit André und die Morgenmädels auf nach Amerika zu den Chippendales.